ja es war gerade wirklich premiere nichts dran gedreht nichts daran gemacht sondern ich komme um die ecke und dann steht dass die jungs und mädels sich das hier jetzt schnell aufgebaut haben haben wirklich großartiges geleistet da möchte ich gerne gäste haben in der küche und den möchte ich gerne zeigen wie man für wenig geld richtig lecker kochen kann das heißt also genau das werden wir machen hier bei helz tv zeigen wie geht das mit wenig geld mit wenig zeit trotzdem gesund lecker kochen und zusammen spaß haben ich habe noch nie eine koch sendung gemacht auch wenn man mich 15 jahre als fernsehkoch tituliert hat vermutlich bin ich ab nächstes jahr